Willkommen Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder am Start bist. Freut mich wirklich sehr. Und heute schauen wir uns mal einen Baum aus Lucky Blöcken an. Ihr habt es euch so oft unter dem letzten Baum-Video gewünscht. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich das heute mal. Und schreibt unbedingt weitere Vorschläge unten in die Kommentare. Was für einen Baum willst du noch sehen? Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, Like und Abo und nicht vergessen, um auch ein Teil der Centex Army zu sein. Der besten Community auf YouTube. Wir sind mittlerweile schon 20.000 Leute hier in der Centex Army. Und dafür erstmal ein dickes, dickes Dankeschön an jeden Einzelnen, der diesen Kanal abonniert hat. Ihr seid wirklich die aller, allerbesten. Bevor das Video aber jetzt losgeht, Freunde. Ich habe mir einen Instagram-Account erstellt. Dort heiße ich Centex Instagram. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und mich würde es wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir dort folgen würdet. Das wäre richtig, richtig cool von dir. Dann können wir immer gerne zusammen auch schreiben. Dort seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Und dort werde ich auch richtig, richtig aktiv sein. Also schaut da unbedingt vorbei. Das wäre richtig cool von dir. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir beide haben heute eine richtig, richtig coole und besondere Aufgabe bekommen. Nämlich will ich mir ein großes Haus bauen. Aber ich habe dafür leider noch kein Holz. Und deswegen bin ich heute im Wald. Hab meine Steinaxt am Start. Und ja, und deswegen baue ich heute mal richtig, richtig viele Bäume ab. Damit ich natürlich Holz bekomme. Und dieses Holz will ich benutzen, um endlich mir ein eigenes Haus zu bauen. Und ich hoffe, du hilfst mir natürlich dabei. Weil ich glaube, alleine schaffe ich das nicht. Also ich hoffe, du hilfst mir bei dieser Aufgabe. Und ich würde sagen, diesen Baum finde ich doch eigentlich richtig cool. Also ich glaube, mit dieser Holzart will ich mein Haus auf jeden Fall bauen. Aber ich glaube, dieser eine Baum reicht auf jeden Fall nicht aus. Wir müssen wirklich richtig, richtig viele Bäume dafür fällen. Aber ich denke mal, wir bauen erstmal diesen einen Baum ab. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch andere Holzarten oder so im Wald. Weil mit einer Holzart zu bauen, ist glaube ich ein bisschen langweilig. Oder, Freunde? Da muss ja ein bisschen Abwechslung in das Haus. So, sehr, sehr cool. Und hier ist so ein kleines, süßes Chicken. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen mal den Baum hier ein bisschen weiter ab. Wir müssen uns dafür ein bisschen hochbauen. Sehr, sehr cool. So, zack, zack, zack. Richtig, richtig cool. Wie viel Holz haben wir denn jetzt schon? Wir haben schon, jawohl, wir haben schon einen halben Steck zusammen gefarmt. Okay, das geht wirklich richtig, richtig schnell. Aber hier, schau mal, vielleicht gibt es hier noch ein paar andere Holzarten oder so. Und, oh, was war das, Freunde? Habt ihr das auch gesehen? Da war doch irgendwas. Schaut euch das mal an. Das ist so ein kleiner Tempel. Und da ist doch irgendwas drin. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Ich hoffe, das ist jetzt keine Falle oder so. Wir gehen mal ganz, ganz langsam nach oben. Und wir schauen mal, was drin ist. Oh, das ist ein Lucky Block. Oh, wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Aber bevor wir jetzt diesen Lucky Block öffnen, Freunde, schreibt mal genau jetzt unten in die Kommentare, was denkst du? Was bekomme ich aus diesem Lucky Block? Jetzt bin ich mal wirklich so, so gespannt, wer von euch in den Kommentaren richtig liegen wird. Ich sage, ich bekomme daraus Schweine. Ich sage, es werden Schweinespawn. Also, Freunde, ich warte mal, bis ihr einen Kommentar geschrieben habt. Also, schreibt, wie gesagt, jetzt unten in die Kommentare, was denkt ihr, was aus diesem Lucky Block rauskommen wird. Ich bin so, so gespannt, wer von euch hier richtig liegen wird. Und ich würde sagen, ich hoffe, du hast natürlich jetzt einen Kommentar geschrieben. Das wäre richtig cool von dir. Und jetzt bauen wir mal den Lucky Block ab und mal schauen, wer recht von euch hat. Ich lese mir natürlich jeden Kommentar durch. Noch habt ihr Zeit, einen Kommentar zu schreiben? Ganz, ganz schnell. Yes, kommentiert schnell. Und ich würde sagen, ich baue den Lucky Block ab. In 3, 2, 1 und los geht's. Und, oh mein Gott, ist es so eine Art Pyramide gespawnt mit noch mehr Lucky Blocks. Yeah, und, oh nein, nein, Freunde, oh nein, wir kommen hier nicht mehr raus. Nein, wir müssen hier ganz, ganz schnell rauskommen. Hier ist noch ein Lucky Block und wir haben nur Diamant Spitzhacke bekommen. Richtig cool. So, dann können wir uns mal hier rausgraben und hier sind noch Goldblöcke. Yeah, haben wir noch irgendwo einen Lucky Block? Nee. Und ich bin mal richtig gespannt, wer von euch hier richtig gelegen hat und das richtig erraten hat. Und da ist Lava Dunn, aber da gehen wir lieber nicht hin. Egal, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter und schauen uns mal. Was ist das? Freunde, oh mein Gott, was ist das? Das ist, was? Ist das ein Lucky Block Baum? Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Ich habe sowas noch nie gesehen. Einfach ein Lucky Block Baum. Oh mein Gott, das ist richtig, richtig cool, Freunde. Hast du schon mal sowas in Minecraft gesehen? Also, das ist gerade bei mir das erste Mal, dass ich sowas sehe. Oh mein Gott, das ist richtig krass. Schaut euch das mal an, wie riesig der ist. Ich würde sagen, komm, ich glaube, zusammen werden wir den Baum. Wir bauen jetzt jeden einzelnen Lucky Block hier ab von diesem Baum. Und ich hoffe mal, da kommen gute Sachen raus. Und wir fangen direkt mal an. Oh mein Gott, das ist so ein Giant Zombie. Komm her, du böser Zombie. Stirb endlich. Komm her. Und der hält richtig, richtig viel aus. Und sehr, sehr cool. Und oh, wie süß. Solche Baby Chicken. Oh, das ist richtig süß. Sowas bekommen wir hier noch. Lucky Pig. Okay, sehr, sehr cool. Wir bekommen hier... Oh nein. Okay, weiter geht's mit dem Abbauen. Und... Oh, was ist das denn? Solche Blöcke. Und oh mein Gott, nein. Ein riesen Slime. Oh, oh, Freunde. Nein, 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 nein. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich bin ganz lieb. Nein, oh nein. Zack, zack, zack. Und... Nein. Oh, er springt auf mich drauf. Oh, er ist so riesig. Und... Komm her, komm her. Der hält richtig viel aus. Und bis jetzt hat mir nicht so viel Glück gehabt mit den Lucky Blocks. So, komm her. Du Böser. Böser. Slime. Und du musst doch jetzt mal sterben. Und... Ja, voll. Nein, wir haben ihn. Oh, da sind noch solche Kleineren gespawnt. Oh, egal, egal. Wir bauen mal... Oh, nein. Der Wither ist gespawnt. Und... Ja, er schießt die Slimes ab. Und wir haben einen Bogen mit... Oh, mein Gott. Einen Lucky Boat. Aber wir haben leider keine Pfeile. Und... Oh, der ist so süß. So, dann bauen wir hier den Baum mal weiter. Zack, zack. Oh, mein Gott. Freunde, was passiert hier? Was passiert hier? Wir haben noch neun Diamanten und richtig viele Bücher. So, wir craften uns damit mal was, würde ich sagen. Ich meine, wir haben neun Diamanten. Und dann bauen wir uns mal hier genauso. Einen Diamantbrustpanzer und eine Goldhose, damit wir nicht direkt sterben. So, zack. Richtig cool. Yeah. So, dann geht's weiter. Und nein. Und nein, der Wither. Der Wither schießt mich an. Und weiter geht's. Oh, mein Gott. Wir haben richtig viele Diamanten. Bekommen eine Kiste, aber die können wir gerade nicht öffnen. Ich will hier hoch. So, sehr, sehr cool. Und was bekommen wir noch alles raus? Goldäpfel. Yeah. Ganz viele Goldäpfel. Unser Inventar ist schon voll. So, zack, zack, zack. Genau. Yeah. Goldäpfel. Dann haben wir hier noch einen Diamanthelm am Start. Haben wir Pfeile. Oh, nee. So, zack, zack, zack. Wir bauen alles ab. Nein, ich will hier raus. Ich will nicht. Aua, aua, aua. Nee, ich will nicht verbrennen. Oh, Gott. Wir haben auch keinen. Ah, da liegt ein Wassereimer. Und zack. Komm her. Ich will mich löschen. Hallo. Und richtig cool. Oh, nein. Der Wither schießt mich an. Oh, nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Was geht hier ab, Freunde? Was? Geht hier ab? Oh, nein. Ich bin gestorben. Oh, den Wither müssen wir jetzt mal irgendwie töten. Aber er macht so viel Schaden, nee. Ich glaube, ich sollte mal hier schnell weg. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, hier sind viele Slimes. Hilf mir. Okay, ich habe jetzt auch den Wither endlich getötet. Und dann würde ich sagen, baue ich mal weitere Lucky Blöcke ab. Und hier ist ein Diamantblock. Yeah, richtig cool. Und hier ist Bob. Nee, nicht mit mir. Tschüss, Bob. Und, oh, mein Gott. Wir haben wieder ein Slime. Geh runter. Und, nein, 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 nein. Hier ist wieder Lava. Wir müssen hier raus. Nein, nein. Ich will hier raus. Wir haben überlebt, Freunde. Schnell ein Gold abfließen. Und, oh, Gott, oh, Gott. Was ist das? Was passiert hier, Freunde? Ich komme hier nicht raus. Hilfe. Hilf mir doch bitte einer. Und, oh, Gott, oh, Gott. Geh weg. Der Slime brennt. Oh, oh. Egal. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter nach oben. und bauen mal hier diese Baumkrone ab vom Lucky Block. So, zack, zack, zack. Und, oh, nein. Oh, nein. Geh runter. Hallo. Kannst du bitte runtergehen? Okay, danke schön. Und da ist ein... Aua. Oh, Gott. Nein. Wir sind wieder ganz unten. Da ist einfach ein Riesenzombie gespawnt. Und, oh, nein. Da ist Bob. Bob. Nein, wir haben keine Pfeile. Geh weg, Bob. Nein, 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 nein. Wir müssen schnell wieder hochbauen. So, wir sind jetzt wieder auf dem Baum drauf. Und, eh. Der Zombie ist erst mal unten. Und, oh, Gott, oh, Gott. Nein. Der Zombie ist noch da. Aber dieser Slime. Oh, nein. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe. Geh weg. Egal, egal. Komm. Ich baue weiter ab. Und, nein. Das wollte ich gar nicht. Und, Fledermäuse. Und, buh. Was war das denn? Und, nein. Da ist wieder Bob. Da ist wieder Bob. Freunde, nein. Schnell hier weg. Schnell hier weg. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Schaut euch das an, was alles aus diesem Lucky Blockbaum rausgekommen ist. Das ist richtig, richtig krass, Freunde. Aber ich würde sagen, bevor wir hier gleich sterben, beende ich mal lieber das Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, Like und Abo nicht vergessen, um auch ein Teil der besten Community auf YouTube zu sein. Der Centex Army. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.